So jetzt spielen wir mal eine Runde Stickman Dirt Bike So da gehen wir jetzt mal drauf Und jetzt haben wir Cash Also ich geh mal ein bisschen höher Nein es geht jetzt auch nicht Weil ich jetzt schon aufnehme aber nicht Etwas trotzdem Leute Wir haben 1000 Cash Also hier hat doch kein hoch 1000 Cash Und hier unten sind so Items So das ganze brauchen wir jetzt Aber Ja doch wir brauchen das Was nehmen wir denn am besten Ich würde mal sagen Räder Upgrade Und Ja den Rahmen wo wir Upgraded haben So jetzt beginnen wir mal bei Level 1 Ähm Wo geht der Oh Ja wo fahrt der Ah Okay Ah das ist eine blöde Steuerung Man muss die Pfeiltasten nehmen Ich muss langsam machen sonst Wenn ich zu schnell bin Ah man kann doch aber auch springen Space Ah Jetzt Hopp 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 Ey Ich bin sogar schneller im Fahrradfahren als der Hopp Jetzt mach doch hin Oh und wenn ich jetzt wieder zu schnell mach dann hin und hoch Passiert wieder irgendwas So Oha sie mir langsam Hopp jetzt mach doch mal hin Das geht 100 pro mit Zeit oder so Ja Jetzt Hopp Oh her Sogar über den kleinen Hügel kommt er nicht mal mit dem Fahrrad Oh man Ja jetzt mach doch hin hopp 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 Der ist grad so hoch gefallen und wieder runter gefallen Alles klar Nächstes Mal probiere ich es auch aus Dann fliege ich auch mal auf die Schnauze aber damit So jetzt spring spring Jetzt 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 Wow das war schon wieder mega knapp gewesen Und Nein Naja wir sind jetzt an einem Standpunkt da können wir jetzt jederzeit weitermachen Und das ist der einzige Vorteil weil wenn das nicht der Fall wäre dann würden wir kaputt gehen jedes Mal und müssten vom Neuen beginnen Oh man Ich bin nicht Wow das ist schön bei wieviel Sekunden wird das ist schade Mach doch hin Oh nein 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 Scheiße Mach hin mach hin mach So jetzt fahren wir aber mal langsam Weil ich weiß nicht wie der da auf die Schnauze wieder sonst fällt Jetzt aber Space Das war sehr gut Und Das war nicht gut Ah man Ey jedes Mal geh ich jetzt kaputt oder was Ruck jetzt mach doch hin Wir sind schon gleich bei 100 Sekunden 100 100 Sekunden haben wir schon Ich werde mit euch viele wo das Spiel aufzocken wenn ihr sagen hey du brauchst voll lang und so Ja ich bin nicht grad der Best in den Free Online Games Obwohl es leicht lächerlich irgendwie ist Oh man der fliegt jedes Mal bei mir auf den Hinterkopf ey So jetzt probieren wir es doch mal hopp 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 Oh der kommt nie über den kleinen Hügel obwohl ich Space drücke Wo ist die Space Taste mit dem Hammer drauf holen oder was Warum geht das nicht mal weg Ich mein ich weiß damit Die R Taste Reset ist und Space ist Jump und man mit dem Pfeiltasten ist bedient das könnte ruhig mal weg gehen Oh ach so Adrenalin gibt es im Spiel auch wo ich gerade sehe Hm was bringt das Damit man besser wird oder was Alles klar so So Also wenn ich nächstes Mal Fahrrad fahre und ich falle so auf die Schnauze Respekt sage ich dann nur dann sage ich eiskalt Das habe ich von Stickman Dirt Bike So hopp jetzt mach doch hin Jetzt haben wir schon 150 Sekunden um 150 Sekunden für dieses Game Ich werde mit euch andere bauen 100 Sekunden vielleicht Um es zu packen und ich brauche locker 300 Sekunden Wow kann man da nur sagen So jetzt mach doch hin Mach hin Mach mit So so Wow der Hügel ist groß Der Hügel What the shhit Naja wir haben den Hügel überstanden Ja Da sind wir jetzt auch durch Leute ich verliere schon in Level 1 Fällt mir gerade auf Waren mir nur gerade mal so aufgefallen Weil das ist ja Level 1 ne Ich mag nicht wissen wie Level 10 oder so in dem Spiel ist Das pack ich dann überhaupt nicht mehr oder wie Hier ist das Ziel Your time Wow Wir bekommen keinen Bonus Gar nichts bekommen wir Keine Medaille Jo ich würde sagen Wir sind grottenschlecht in dem Spiel Würde ich mal so sagen Ich mach mal kurz So jetzt sind wir bei der Qual der Wahl Und was sollen wir upgraden Wir haben schon wieder 500 Cash hier oben Und wir haben jetzt die Wahl Wir können jetzt und Adrenalin Boost Tires kosten 1000 Die kosten auch ein bisschen mehr Wir können nur die 2 upgraden Ich würde sagen wir nehmen die Bremsen Sind das glaube ich Ja jetzt haben wir mal die Bremsen Ein Upgrade gegeben Und ich würde sagen wir fahren jetzt mal Eine Runde weil wir ja so gut sind Oder so gut sein wollen Sollen wir es mal so sagen So jetzt geht es auch schon los Hopp 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 Warum fahrt der nicht? Warum fahrt der nicht? Achso Hä warum fahrst du nicht? Du blöde Ficku jetzt fahrt doch Hä das hat mich jetzt schon wieder ein paar Sekunden gekostet Ey das regt doch so auf So Fall nicht auf die Schnauze So 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 hopp 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 Und jetzt schon wieder so ein blöder Hügel Jetzt Spiele macht mega Spaß Fallt mir gerade auf Aber ich bekomme das Spiel nicht gescheit hin Ich wette mit euch mit meinem Bruder das nicht spielen Wäre er gleich wieder Am Ziel irgendwann gekommen Und hopp Ah Mensch warum kommt der nicht über so einen blöden Hügel Das gibt's so nett ey Da soll man schon Space drücken Der kommt nicht so weit Lustig Jetzt Das war doch eben eine Lachnummer hoch 10 Aber sowas von eine Lachnummer Der ist von einer Rampe runtergefahren Und kann nicht über 5 Meter in die Luft fliegen Was ist das für ein scheiß Fahrrad Was wir in dem Spiel da haben Jetzt krieg ich wieder Space Hopp Ich weiß nicht wo ich hinfliege Oh Sogar gut aufgekommen In Wirklichkeit wäre aber das Fahrrad irgendwie schon Schrott gewesen So oft wie der schon hingeflogen ist mit dem Fahrrad Mann oh meh da muss ich nur sagen Wir sind noch bei keinem 100 Sekunden Und mir fällt gerade auf Wir sind besser wie vorhin Yo Jetzt probieren wir es mal Jetzt sind wir wieder an einem Standortpunkt Und von hier aus da können wir jetzt weitermals Space Hopp Ey der kommt nicht über solche Hügel Was ist das für ein Scheiß Und für was sind die blöden Rampen Wenn man da eh nicht gescheit rüberkommt Ja Alles klar Jetzt haben wir 100 Sekunden voll Mann oh meh da Ich hab's genau gewusst Wenn ich Space drück Passiert nix Da passiert nichts Ey Her Leute Ich glaub wenn ich das Level fertig hab Beende ich aber das Spiel Ich cut das Spiel mal überhaupt nicht Die Steuerung ist irgendwie zu kompliziert Weil man nix mit der Maus machen muss Man muss alles mit dem Pfeiltasten machen Wie bei dem alten PC-Spiel Wo es früher gab Wow Your Time 122 Sekunden Was bekomm ich Keine Medaille Kein Geld Wieder nix Ich sag ja Ich bin so grottenschlecht in diesem Spiel Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Ich beende jetzt auch das Video Du hast mal einen zweiten Teil dazu Oder so Weil das geht jetzt schon 10 Minuten lang Krass Wirklich krass Also Leute Ciao Peace and out Bis zum nächsten Mal